So meine Freunde, damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play. WeChat und Clank. Ja, wir sind mittlerweile auf dem Planeten Orkson, beziehungsweise auf dem Weg dahin und let's go. Das ist ein Heimatplanet, der Blark. Den ursprünglichen zumindest. Wir brauchen nämlich für organische Lebensformen eine O2-Maske, weil die Luft hier so verschmutzt ist. Das seht ihr schon. Und ja, deswegen können wir hier erstmal nur mit umlaufen, rumrennen. Umlaufen. Ah, und dann, deswegen sollten wir das mal machen. Wir wissen ja jetzt erstmal im Moment noch nichts. Oh, oh. Brauchen wir wieder unsere kleinen Freunde wahrscheinlich. Bei Fuß. Na komm. Und jetzt, Angriff. Das hört sich. Und betreten. Und da oben eigentlich. Das scheint irgendwie gar nichts zu sein, oder? Da kommen wir aber auch gar nicht hoch aktuell. Ah. Oh. Oh, oh, oh. Oh, okay, fun. Da ist noch einer. Okay, okay. Wie viel haben wir jetzt? Vier. Und darum sechs. Okay, wir haben alle. Also insgesamt sechs. Warte mal, wer sollen wir den erst mal angreifen hier? Ist das was cooles? Wird eigentlich gar keinen Sinn gemacht, glaube ich, oder? Holy shit, ey. Okay, okay. 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 sehr spannend hier auf jeden fall ich weiß nicht, ich mag die Crank Parts auch irgendwie gar nicht ist aber nur meine meine die Gut, das war es. Ich glaube, jetzt ist der Podo endlich zu Ende hier. Geht schon so nach einer Katzen von OOS hier. Mach schon mal mein Ding weg. Tschüss. Diese Magnetstiefel sind zum Begehen spezieller Metallflächen gedacht. Deine Füße sind aber wohl zu klein, um sie zu aktivieren. Aber es geht sogar noch weiter hier. Oh nee. Ich habe mich schon gefreut, dass der Park zu Ende ist hier. Naja, anscheinend auch nicht. Was hat das denn jetzt für ein Geräusch? Jetzt müssen wir auch nur durch, oder wie? Oh mein Gott. Oh Gott, da ist nur einer. Fit. Was sind alle da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. Ah, was kommt denn jetzt hier wieder für eine Kacke, ey? Wir müssen uns scheinbar hier lang. Oh Gott, nein. Ey, nein. Boah, ey, was für eine Scheiße. Oh, muss ich jetzt wieder alle einsammeln? Ey, was ist ein dummer Abschnitt hier. Komm, schauen. 1, 2, 3, 4 nur. Wo sind die anderen? Da ist noch einer. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, ich muss das halt immer ausmachen werden. Das ist ja ein nerviger Abschnitt, ey. Ihr habt es echt geschafft, ne? Boah, ey. Wie viele brauche ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Einer ist gestorben. Wo kommt jetzt, ey? So, jetzt mal beobachten hier. Alter. Das ist, den geht hier rein. Von wo kommt das denn? Von da oben. Hier sollten wir immer warten. So, da hochkommen wir ohne Probleme. Oh mein Gott, ey. Oh, hier gleich fehlt einer. Wir kommen. Oh, das ist echt der nervigste Abschnitt des Spiels, glaube ich. Was ist jetzt? Endlich. Und natürlich weiß das noch nicht. Noch mehr nervige Aufgaben hier. Mein Gott, was ist mit dem los? Wieder, hallo. Oh, diese Binder hat ein Fröscher, ey. Ey, was ist mit dem los? Die bangen hier nur rum. Alter, die wissen noch nicht mal, wo lang, ey. Was ist mit dem los? Oh, das ist mit dem los? Was ist mit dem los? Ich mag den Abschnitt überhaupt nicht. Ihr merkt jetzt wahrscheinlich schon selber, dass ich hier gerade so wenig rede. Das ist echt so ein nerviger Abschnitt. Nein. Wo rennen die denn hin, ey? Das hab ich gar nicht gesehen hier. So. Komm jetzt. Ah ja. Zwei. Noch einer. Und wie viele auch, ne? Kommt ihr jetzt? Gut. Zehn Stück müssen wir da reinballern. Okay. Okay. What the fuck? Drei Fehler noch. Wo sind die? Waren die am Anfang irgendwo? Ne. Da rennt sie. Warum auch immer. Warum seid ihr nicht mitgekommen? Infobot. Den brauchen wir. Infobot. Das hier zeig ich Ratchet besser nicht. Wow. Beste Cutscene einfach, ey. Ne. Was schmuddeliges. Was schmuddeliges. Oh. Hey. Gibst du mir die jetzt oder nicht? Sie sind magnetisch. Sie scheinen an mir festzuhängen. Oh. Was hast du denn da drin? Rädchen. Metallspäne. Staub. Du weißt, was ich meine. Was ist es? Ich zeig's dir, aber du musst versprechen, dass du dich auf die Mission konzentrierst. Hat es was mit Quark zu tun? Städte sind voller Smog, Sümpfe sind voller Schlamm und Teergruben voller Teer. Aber hier im Jowai-Seebad scheint die Sonne 24 Stunden am Tag. Besucher erhalten eine gratis O2-Maske zum Tauchen. Die zutraulichen Meerestiere erwarten ihren Besuch im herrlich blauen Wasser. Mit ihren gratis Schwimmflossen können sie auch an Schwimmwettkämpfen teilnehmen. Kommen sie also ins Jowai-Seebad und vergessen sie alle ihre Sorgen. Jowai-Seebad. Pukitaru. Wusst ich's doch. Ach komm schon. Schalt den Spießermodus aus und hab Spaß. Pass auf, wir bleiben nur bis wir die O2-Maske haben. Vielleicht hilft der zusätzliche Sauerstoff deinem Hirn ja auf die Sprünge. Ja, und vielleicht rostet dir das Salzwasser den Mund zu. Ja. Jo, äh ja. Zu viel dazu ne. So, dann würde ich sagen erstmal auf nach Gaspar, weil den Shit brauchen wir sowieso für Pukitaru. Also diesen Helm da, den wir da kriegen. Deswegen erstmal auf nach Gaspar. Let's go. Oh ja. Das ist Gaspar. Juhu. Ja meine Freunde aber ich würde sagen wir machen erstmal einen kleinen Cut an der Stelle, weil wir haben schon ein paar Minütchen rum. 20 um genau zu sein. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe ihr hattet viel Spaß. Ich hatte keinen Spaß. Ja. Ähm. Dann bis zum nächsten Part von Redchat und Clay. Haut da rein. Mal. 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 plan